Ich begrüße euch zur Lösung des Rätsels der 8 Gläser. Machen wir uns nochmal klar, um was es eigentlich ging. Wir hatten 8 Gläser vor uns, 4 davon waren leer, 4 davon waren voll. Wir hatten 4 Züge zur Verfügung und wir sollten diese Gläser immer paarweise, also 2 benachbarte Gläser aufnehmen, diese dann verschieben und am Ende sollten die Gläser abwechselnd, also leer, voll, leer, voll nebeneinander stehen. Beginnen wir mal mit dem ersten Zug, der erste Zug. Es gibt wahrscheinlich auch noch mehr Lösungen, aber meine Lösung sieht folgendermaßen aus. Wir nehmen jetzt Glas 2 und 3, das verschieben wir hier rüber, das wäre der erste Zug. Dann schnappen wir uns Glas 5 und 6, das Ganze wird hier hin versetzt, das wäre der zweite Zug. Dann nehmen wir Glas 8 und 2. Das wird hier hineingeschoben und nun erkennt man es vielleicht beim letzten Zug 1 und 5. Das verschieben wir hier rüber und nun stehen die Gläser immer abwechselnd ein leeres neben einem vollen bzw. ein volles neben einem leeren. Ich hoffe, das Rätsel hat euch gefallen. Wenn es so war, gebt dem Video einen Daumen nach oben und falls ihr noch weitere Rätsel kennt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und das war es von mir. Macht's gut, bis bald und ciao.